So meine Damen und Herren, willkommen bei dir jetzt wieder in der neuen Folge von Transpareweaver hier auf meinem wunderschönen, wunderbaren Kanal. Wir haben jetzt, also ich habe mich jetzt entschieden, wir werden doch die Holzstämme hin und her transportieren mit der Hoffnung, dass wir ein bisschen Plus machen. So, Linie zu weisen, wir müssen hier auf diese Linie mitkommen, mit natürlich der Hoffnung, dass wir das Holz jetzt voll bekommen. Wir haben mehr Holz dort drauf, als wir hier hin und her transportieren. Grund ist einfach, dass, ich werde mal kurz weiterlaufen lassen. Der Grund ist jetzt dabei, dass ich sage, okay, die Strecke ist viel schneller als die andere. Dort haben wir auch tausend von Haltestellen noch zu warten. Da müssen wir, glaube ich, auch noch ein, zwei irgendwann mal dazu bauen. So, stopp. Und die hängen wir jetzt hier mit dran. Nice. Ja, Baumstämme tun wir mal nur zur Sicherheit. Und das geht zurück auf die Linie 4. So. Barney Art. Wir haben zwei kleine Holztransporter, die 35 transportieren können. Ist schon nicht schlecht. Und jetzt kommt die Hoffnung, dass natürlich hier Holz ankommt. Weil wenn hier Holz ankommt, haben wir alles geschafft. Ist einfach so. Stopp. Wollen wir, wollen wir. Wir machen, wir machen Plus. So, hier ist ein Zug. Der muss da warten. Dann haben wir hier eine Warte halt still. Der Bahnhof ist ja schon ausgebaut. Und jetzt, wenn wir gucken, dass es ja nicht zu sehr leckt. Dann können wir nämlich das machen, was ich gerade falsch gemacht habe. So. Dann machen wir nämlich hier noch Ausfahrtssignale drin. Und dann können nämlich die unterschiedlichen Züge nämlich noch unterschiedlichen Bahnhofs drauf fort. Ja. So. Können wir den sogar noch erweitern? Haben wir das Geld dafür? Ja. Wir haben das Geld dafür. Nice. So. Das heißt Terminal, Terminal. Und der geht auf Terminal 3 fest. So. Oh, ist das geil. Können wir sogar hier vorne mit reingehen? Nee. Das heißt, wir müssen weiter hin. Oh Leute, das freut mich. Wir haben wieder Geld. Wir können hier was bauen. Und wir brauchen ein Signal. Und wir brauchen Signal. Das kommt hier hin. Dann machen wir mal nur so, dass es optikmäßig im Gleichbleibts höchste Geschwindigkeit ausbauen. Und wir machen go 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 go. Großen Güterbahnhof, Leute. Jetzt werden hier immer mehr Massen hin und her transportiert. Das freut mich. Linie. Wir müssen mal gucken, was waren das für verschiedene Linien. Das ist jetzt so zum Beispiel die... Hä? Was soll der transportieren? Warum soll der Getreide transportieren? Das kapier ich nicht. Das kapier ich jetzt wirklich nicht. Gut, okay. Bleiben wir erstmal dabei. Und das ist die... Holz... Holz... Wie nennt man die? Holz... Kohle. Ne, Holz. Doch, Holz, Kohle. Was im Ball Kohle erstmal endet wird. Wir nennen das erstmal so. So, und der wartet, weil nämlich jetzt der Nächste nämlich schon kommt. Cool, dann darf der nämlich fahren. Und was wartet dann hier hinten? Der große Zug. Ja, was der aber noch transportieren soll, kapier ich nicht. Hm. Da... Bin ich jetzt... Ach, der soll ja noch die Kohle mit transportieren. Stimmt, der soll ja Kohle... Eigentlich soll er noch Kohle, glaube ich, transportieren. Drehen wir den mal kurz um und fahren immer ins Depot. Weil ich glaube, der sollte nämlich Kohle transportieren. Aber anscheinend kann er das nicht, weil es ein falscher Waggon ist. Könnte Essen transportieren. Nehmen wir den mal raus. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt drin hab. Ähm... Nehmen wir mal kurz hier noch ein paar raus. Da und da. Und dann können wir nämlich Linie... Ne, Linie, ich weiß nicht. Zug kaufen. Dann kann der nämlich noch Kohle mitnehmen, weil die haben ja... Brauchen ja hier oben Kohle. Das war's ja. Ähm... Kohle. Ein, zwei. Und noch ein Kohlezug davon. Eins. Gut. Wir machen wieder Plus. Das ist doch schön. So, auf welche Strecke soll er kommen? Ähm... Das ist die einzige Strecke, die noch nicht benannt ist. Linie 7. Linie 7. Go, go, go. Hier so viel Kohle. Hm. Können wir noch die Kohle irgendwo andersseitig benutzen? Weiß ich gar nicht. Doch, zu sch... Ne. Keine Ahnung. Gut. Okay. Wir haben erstmal ein Million an Kohle. Hundertprozentig viel zu viel. Hier unten läuft das eigentlich, oder muss es langsam mal laufen? Wann kommt das erste Holz an? Das ist natürlich da eine große Frage. Unser kleiner Holzzug, der kommt... Das ist ein Essenszug. Das ist ein Lehrerzug. Wo ist unser Holzzug? Oh, das steht da hier oben im Bahnhof. Nee. Fahrzeuge. Wartet auf freie Wege. Ach, das steht sogar hier dahinter. Ach, du Scheibenkleister. Das ist ja mal was. Hat der schon... Ja, der hat ein Holz mitgenommen. Respekt. Da können wir den eigentlich schon wieder weitern. Mit noch mehr Holz, weil... Holz wird oben abgeladen und dort unten wird ein Haufen Holz gebraucht. muss man nur noch warten, bis der Zug draußen ist. Dann können wir den nämlich größer machen. Und wir können Geld zurückzahlen. Hey, Zinsen weniger. Was haben wir denn an Zinsen? Wir haben ein Million Zinsen. Ach, das ist ja... Ja, wenn sie nicht übermütig wären. Ins Depot fahren. Da sollen wir mal bitte halten. Weil wenn ich jetzt hier rum experimentiere, wird er nämlich vorfahren. Aber wir brauchen nämlich das Holz dringend. Baumstamm, 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 Baumstamm und Baumstamm. Ich glaube, mit Holz können wir extrem viel Geld machen. Holzkohle hier. Ja, es ist immer noch der schnellere Zug. Der kann 240 fahren. So, auf der freien Strecke wird das vielleicht was bringen. Ja. So, da könnte man eigentlich auch hier unten den Bahnhof ausbauen. Wenn es funktioniert, 1... 190 K, das kriegen wir hin. Na, wir haben wir. Nice. Selbst die Linie 7 bekommt er zu unten. Gut, okay. Dann ist es so. Bauen. Klar, es sind jetzt wieder so Sachen, wo wir warten immer wieder nach und nach, bis das Geld dann immer wieder da ist. Aber damit werden wir nach und nach unser Geld machen. Hoffentlich ist alles auf Termine 2. Ja, gut. Lassen wir erstmal das Geld wieder ankommen. Jedenfalls haben wir jetzt eine Sache erreicht. Wir haben den Zug nach Riedbach. Wir haben die LKWs nach Riedbach. Und die Linie 4 hat jetzt auch Holz zum Laden. hoffentlich auch genug. Im Moment zwar noch nicht. Gut, mache ich mir aber keine Sorgen. Das soll's, das wird kommen. Seid mir da sicher. Denn das ist... Wo ist denn das? Eigentlich können die schon... lange losfahren. Jedenfalls nach unten zu's. Ich hoffe mal, so werden sie sich erstmal erstmal nicht in die Quere kommen. Was natürlich später passiert ist, ist natürlich die andere Frage. Aber erstmal ist alles super. Hab ich mal. So. Und dann fehlt uns nur noch... dass wir... ähm... uns die Flugzeuge holen. Aber eben kleine und dafür haben wir gerade das Geld gehabt. Nicht mehr. Wir können mal gucken. Flughafen. Stopp. Wir... Nehmen wir ne... Ne, ne, Douglas ist nur, glaube ich, zu klein. Ne, Boeing 707 Start-O-Liner. Puh, ey. Komm, wir holen uns der DC-3. Holen wir ihn zweimal. Das Geld haben wir. Da kommt ein Flugzeug. Fliegt auf Neu-Ulm-3spar. Und die andere nach Neu-Ulm-3spar. Dann haben wir immer noch ein bisschen Geld da. Dann werden wir schon mal... Ähm... Die Strecke ein bisschen ausbauen. Die Brücke soll einzeln bleiben. Und ab der Brücke soll es dann hier rüber gehen. Das war falsch. Das war falsch. Hier können wir ja... Das können wir ja alles ausbauen. Schon. Mehrgleisig. Oder auch nicht ganz. Oder doch. So. Dann haben wir das. Dann haben wir hier ein Ausfahrtssignal zu setzen. Dann haben wir hier ein Durchfahrtssignal. Und hier ein Durchfahrtssignal. Dann haben wir hier noch ein Durchfahrtssignal. Und dann haben wir... Hier ein Durchfahrtssignal. Dann muss aber das hier weg. Und dann kommt aber... Hier ein Durchfahrtssignal. So. Jetzt müsste ja die Linie... Perfekt sein. Also mal gucken. Die fahren hier raus. Und fahren dann dort rüber. Passt. Wir müssen dann hier abwarten. Ob ihr da durchkommt oder nicht. Und dann ist alles super. Nice. Da könnte man hier schon fast ein... Höher... Taktiges... Panelsystem machen. So. Wir können uns auch extrem viel... Um... Hier Güterzüge. Aber nicht um... Den Restanzügen. So. Ist die... Ist das Holz schon unten? Das Holz ist schon unten. Das ist okay. So. Das ist alles hier noch... Mit einem Terminal. Auf zwei bauen wir nicht aus. Dann müssen wir alles hier umbauen. Ich glaube die kommen aber auch erstmal klar alleine. So. Was natürlich mit der Kohle hier ist... Weiß ich nicht. Ach wir können das hier unten noch ausbauen. Ja. Ähm stopp. Stab. Muss man nämlich das hier alles ein bisschen umbauen. So. 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 Ähm... Und Signale. So. 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 Und... Wo kommen die Züge jetzt hier raus? Ähm... Da. Das heißt... Hier brauchen wir auch noch ein Signal. Geil! Jetzt haben wir hier schon mal alles wieder fertig. Das ist sehr, sehr geil. Und wir können wieder einen Haufen zurückzahlen. Weil wir wieder viel Geld... Also langsam mehr Geld einnehmen. Das freut mich. Da jetzt unsere Plastikproduktion funktioniert. Die Holz weiter geliefert wird. Hier rüber das Geld einbringt. Und... Das ist doch super. Ja. Hier brauchen wir auch... Das ist sowas für nervig. Dass die eben jetzt Holz brauchen. Wofür eigentlich? Müssen die jetzt irgendwas bauen? Oder? Wir zahlen mal alles zurück. Wir wissen ja nicht. Vielleicht müssen wir ja auch irgendwann mal wieder einen Haufen zahlen. So. Die Flugzeuge haben wir jetzt auch gemacht. Und Viehessen. Dieter See. Gucken wir uns mal dort an. Was auf der Strecke los ist. Vieh essen. Ach ne. Dieter See ist das hier. Dieter See. Essen Vieh. Die macht Plus. Teilweise Minus. Die macht aber auch Groß Plus. Und das ist das, was sie natürlich machen soll. Nicht dauerhaft, aber... Das ist schon okay, würde ich sagen. Mal so eine Frage. Seht ihr überhaupt noch durch? Ich sehe bald nicht mehr durch. Dann haben wir... Holz da oben. Okay. Was sagt Neu-Ulm? Was brauchen sie? Die haben eigentlich alles gut. Das einzige ist Waren. Und die Waren, die werden wir jetzt mit dem Plastikmissel erweitern. Ja, dafür muss erst mal das Plastik hier ankommen. Dauert noch einen Moment. Beziehungsweise hochgradig ankommen. Es ist schon mal hier oben angekommen. Ähm... Kunststoff Waren. Äh... Kunst... Kunststoff Waren. Die ja gerade... Oh, die haben sogar schon was gehabt. Der Stahl wird auch extrem gerade in die Höhe. Kommt... Alter. Weil jetzt mehr Holzproduktion kommt, oder was? Äh... Äh... Holz, Bahn, Neu-Ulm? Ja. Diagramme... Alter Schwede! Also mit Holz kann man wirklich... sehr viel Geld machen. Aber hier unten eben noch nicht so. Das kommt aber da... Hier unten gesagt wird, jo, okay, wir brauchen noch nicht. Hier ist noch keine größere Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Das wird aber auch in nächster Zeit irgendwann mal kommen. So. Gucken wir mal weiter. Ähm... Was macht denn vielleicht noch? Minus Essen, Neu-Ulm. Okay. Die Frage ist, warum macht der Minus? Oder so viel Minus? Weil hier vielleicht zu wenig Holz ankommt? Wie kommt das Holz außerdem hier runter? So, hier kommen so... Ach hier! Das ist unser Holztransporter. Ähm... Du fährst mal ins Depot. Weil die müssen wir nicht aufbauen. Mit noch ein paar Holzpackons. Und nicht nur ein paar. So. Gehen wir mal nach unten. Äh... Hier. So, gucken wir mal. Was ich drücken muss. Nach unten. 200... Ja, okay. Los geht's. Ähm... Vieh essen. Vieh essen? Vieh essen. Ah ne, Linie 8 eigentlich. Okay. Ne, dann machen wir das Linie 8. Da hat er seine eigene Striche. Ah, ne, den... Den drehen wir gleich. Können wir jetzt nämlich auch irgendwann mal auf Merkleisig ausbauen. Das ist Vieh essen... Äh, das Vieh hier Ding... Ah, hier runterkommt. Ach ne, die fahren ja halt hoch. Ja, okay. Dann ist es so. So. No, 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 no. Da werden wir in der nächsten Zeit wieder... ...sehr viel Zeug einladen an Holz. Ja, ich schreibe gerade. Mit den Aufnahmen. Ja, ich weiß, das ist scheiße. Ist mir aber auch egal. So, ähm... Oh, hier ist ein leerer Holztransporter. Boah, mit ehem Holz. Jetzt kommen die ganzen Holztransporter hier runter. Ah ja, das wollte ich eigentlich auch machen. Ich wollte einen Straßenbahn hier reinfahren lassen und dann... Das wenige Autoverkehr hier ist aber nicht so viel. Mal gibt es andere Stricken noch, die viel, viel größer sind. Gut. Aber ich würde mal sagen, das war es mit diesem Part. Auch mit der Vorproduktion wieder. Weil ich wollte nun wieder ein bisschen abwechseln kommen und alles mögliche. Ja, lasst da oben da oben da. Wenn ich einen Daumenrunden schreibe, kommt da oben. Mehr von sehen wir da auch nicht. Speichern natürlich. Nicht vergessen ist das Wichtigste. Äh, und da Part. 22 hier, speichern. Und dann bist du wenigstens mal. Sag dir, dann meinen Sie. Ciao, ciao.